Jum, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Vlog. Wir haben es gleich, oder wir haben es schon? Ja, wir haben es in einer Minute 5 Uhr morgens. Und ja, ich bin happy drauf, denn es ist so schön warm und später geht es noch an den schönen See. Leute, ich freue mich drauf. Heute Megatag, viel los. Wir müssen später noch Spermeln machen, ich und mein Bruder und später dann erst losfahren. Es sei denn, ich muss nicht losfahren. Es sei denn, ich finde irgendwo Flugzeug später noch bei Jawoll oder whatever. Ich muss jetzt aber erstmal gucken, dass ich meinen Bus gleich bekomme. Hoffentlich kommt er pünktlich. Ich muss nämlich das Tatsfahrt heute noch machen. Und ja, es wird so angenehm, Leute. Ich glaube, der kommt schon gleich. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder. Später. Tschüss! So, Guys, ich befinde mich gerade in WeWordrun. Peace stand up. Peace stand up, peace stand up. Mal gucken, was die hier hat. Toffelfing. Oh Leute, ey. Die habe ich damals gesüchtet. Nee. Sneaker nicht drin? Nee, das. Die auch. Warte. Modes. Ich will vielleicht irgendwie mal die Woche noch einen Tag lang nur Gelbes essen. Vielleicht bin ich hier auch richtig ertes in die Packung, in die Gelb ist. Das zählt ja nicht. Das ist ein Angebot heute. Aber man kann es ja hier die ganzen Lämis davon aussuchen. Dann würde das auch klappen. Oder hier. Da ist auch kein einziges Gelbeszeug. Schokolade. Die sind eklig. Hassel. Also Leute, mit sowas könnte ich mich echt scheuchen. Mit Lakritz. Ich weiß nicht, ob es das oder das ist. Weg. Weg, weg, weg. Weg. Oh ja. Einst hier würde ich auch mal gerne probieren. Und die haben wieder Chuto. Limited Edition, Leute. Irgendwo gibt es Raphaelos mit Himbeer. Aber die haben es, glaube ich, hier nicht. Ich muss mich mal durchsuchen. Wartet mal. Leider nicht gefunden, aber die sind auch geil, Leute. Hier habe ich mal gesehen, wo Family Fun die hatte. Und was auch geil ist, dass die haben. Aber natürlich, dieses Jahr. Ruby Coco Beans. Auch hier arbeiten. Brühen Edition auch. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich suchte jetzt die ganze Zeit. Hier haben die Last Cat. Salted Carolyn Fuji. Oh mein Gott, Leute. O-M-G. What's the taste? Die habe ich auch damals gesuchtet. Oder die hier. Jetzt noch ein Erdbeer-Sugar. Hallo. Of course, yes. So Leute, bis später. So Leute, ich bin jetzt auch endlich at home. Und es ist so aschwarm. Ich habe gerade hier einen Meter eingecreben müssen. Ich saß an Creme. Es ist so aschwarm. Ach, ich wollte jetzt schon kommen. Deswegen. Und ja. Auf jeden Fall. Platz und flieg. Später wird mein Fahrrad noch gemacht. Hoffentlich kommt bald der Eismann. Ich wollte noch ein paar Eis über Mischel gehen. Mal gucken. Der heute kommt. Leute, wir sehen uns später wieder. So Leute, es ist gerade 21.15 Uhr. Und wir haben jetzt echt noch schönes Wetter. Ich habe auch gerade meine Haare noch gewaschen und einfach Luft getroffen. Einfach herrlich. Ja. Das ist richtig schön. Stimmt gar nicht. Nein, 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 nein. Hm. Ich zeig euch mal. Guck mal. Guck mal, Leute. Guck mal, Leute. Guck mal, was das von Nebel wäre. Da hinten. Da hinten. Das Nebel ist. Mama, das nebelt aber immer noch stark, ne? Was? Das nebelt noch. Richtig krass. Na ja. Klar, das ist immer besser. Da hinten, Leute. Da ganz hinten. Da hinten. Da nebelt es noch im Wald. Keine Ahnung wie.